hallo und herzlich willkommen zurück zu let's play ja blende zu es ist gerade so ein aufgang glaube ich gerade war es nachts also ich habe eine kleine pause gemacht deswegen weiß ich es nicht unbedingt hier keine erreichbare ja denn was soll du ein du bist in der steppe und du bist du bist nicht hier du bist hier falsch du bist hier falsch junge ja vielleicht checkt er das irgendwann ja da muss ich mal schauen das werde ich dann bald mal ausbauen so hier habe ich nämlich gerade bevor ich hier angefangen habe ich habe mir genau verlegen hier rein sehr günstiger dass das ist doch schön 10 und 5 euro sind günstig naja gut ähm so zufrieden sind sind die aber nicht ne so das ist jetzt äh äh da lila da lila ja da ist lila die ähm die habe ich ganz äh überraschend für die ganz 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 wenig geld bekommen wird zwei artenerhaltungspunkte und ihr seht schon wir haben unseren kleinen wildhund verkauft vier fünf und für 35 glaube ich war es genau und ja jetzt weiß ich nämlich wie man hier das essen verbessert und zwar hier qualität da kann ich natürlich noch nicht die qualität verbessern für den strauß oder oder vielleicht doch Techniker rufen genau um das kann ich hier zeigen weil hier sind ja die was ist los hier ist ja um die qualität Prozent immer noch eins aber bei blau blau v habe ich um genau habe ich schon stufe 3 und das sind drei Dollar mehr als sonst aber das Prozent ja das leiste ich mir jetzt mal hier ein euro mehr für Qualität 3 damit die Tiere zufriedener sind sehr gerne Qualität genau kann ich nicht erhöhen hier kann ich für 2 Dollar und hier für 3 Dollar das ist ja wucher hier die Tiere lassen sich da aber gut gehen hier ist es natürlich ein bisschen mehr weil es ist halt Fleisch gut ja wo ist denn hier der der Techniker ja der macht gerade Pause ne ja ja schön da drin ne so äh so ja gut äh immer mal wieder also das äh ah genau warte habe ich den gekauft naja auf jeden Fall habe ich jetzt einen goldenen und einen silbernen der ist äh ziemlich gut oh yay ah hier ist Nummer eins Nummer zwei Nummer drei Nummer drei Nummer drei Drillinge krass junge Mädchen so jetzt ja du du darfst dich ausruhen super das ist auch ein silberner das ist auch ein silberner super gut so äh ich will irgendwann äh Hyänen und äh und äh und ähm und Dings haben Löwen und äh Löwen natürlich so blauer Pfau ist gewinn vor allem so gut äh der Ausblick auf das Tier blauer Pfau würde ich drei äh Sterne geben Wollt ihr noch mehr Ausblick haben oder was und äh ja aber Springbok ist äh sieht man besser ne mhm und Techniker zum zur Barriere aber bei ihren hihihi nochmal mal naja gut hier geht es eigentlich der Barriere die ist super die ist auch noch gut einer von uns ist irgendwo etwas hier gibt es Diebe na schön Sicherheitsbeamten und so Sicherheitsbeamte oh blut blut wo sind die Sicherheitsbeamten da wenig kommen eh wenig hohe auslastung pendelt bling sehr schön sehr schön sozialverhalten stress hier geht es denen nicht ganz so gut aber den da und dagegen geht es super ja überhaupt kein stress hier du brauchst einen quarantäne bereich ja jetzt noch nicht die hege pflanzen wüste hatte der dir die so weit die sonde bei 100 prozent das könnte ich genial dann erhöhen wir hier auch mal super der steckt im baum die nahe also ja haben wir schon tiere hätte ein teil männchen ist halt nicht gut afrika jetzt schon junge ja scheiße ausgewachsen ja ich will dich anklicken so verteilt das futter so dann mach mal hier auch sauber ne hier das da das ticket ist zu billig ja okay dann dann erhöhe ich das ticket warte jetzt will ich mal kurz schauen was ich bekommen habe das weiß ich nicht naja wurscht ist nicht gerade beeindruckend junge was willst du denn so gut alpha status schon wieder das ist der alpha mit wehrkampf gerade steppe da steppt doch der du drum so den da kann ich genau ich habe die zebras der ist ja relativ gut die zebras habe ich ja für geld gekauft ne so wasser hat hat versagt immer noch junge kommen das ist echt blöd wo ist denn der hier oh gott das wird mich ja wirklich nerven ähm wo ist denn der hier technisches problem technisches problem dann zeigt mir mal äh den techniker hier wo bist du denn was machst was machst du denn da du Idiot entschuldigung ist er ist er wirklich ja okay dann dann haue ich halt meine güte dann haue ich den halt nochmal hatte 12 und 8 so soll ich die ente so lange hoch jagen bis bis die anfangen zu meckern oder was ist ähm okay ich will mal schauen ob ich neue sachen für die kunden habe ich aber nicht hier zu mir ne habe ich nicht so okay dann nochmal schauen äh hier marzenschweine ja mach ich ja noch ein gabelbock äh für für sieben ja wobei brauche ich eigentlich gerade nicht wir bekommen ja gerade sehr sehr schön nachwuchs wieso wieso dauert es immer so lang na komm ein auch an utern ach so deswegen so die feuer fausen die gibt es natürlich sehr viel ähm hm 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 Strauße gibt es auch Spießbock ja aber ohne Fruchtbarkeit ist es ja nö also Strauß und V sind so ungefähr und äh Wildschwein sind so die die häufigsten Tiere die man bekommt deswegen ich ich will äh ein bisschen seltenere bekommen und ähm ja tree kann man ja später dann besser verkaufen nicht nicht mhm der passt ja auch hier rein Spießbock der ja auch oder? also ne der nicht, ok Entschuldigung mein Fehler mein Fehler 10.000, hier sind die ganzen Albinos hier Alter, die ist ja heftig drauf die sind wirklich fast nur Albinos also nicht fast nur Albinos, äh Zebra krass so ein Krokodil ist wahrscheinlich sehr schlecht, ja keine Fruchtbarkeit ah ne ne du ne 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 ok dann schau ich später nochmal vorbei und ähm ähm Kabelbock Rappen Antilupe dam 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 hui so ja dann ja schau ich später vorbei gut dann werden wir hier das jetzt mal ähm bisschen verschönern wow das äh ist ja super ja die 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 oh ach gott ist das süß ganz guck jetzt die 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 aber man jetzt ist es muss hier den ganzen tut mir leid ich brauche ich hier auch bald eins sind 18.000 bloß oi oi jetzt bin ich auf jeden Fall gut dran um hohe belastung arbeitet wieso arbeitet der da drüben das macht gar keinen sinn jetzt machen wir mal kurz pause so gut also erstmal klette ich mal hier alles ups so knusper knusper so dann würde ich mal sagen machen wir das alles mit rauen Felsen voll warte hier müssen wir auch nochmal verschönern nein 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 geht wahrscheinlich nicht wegen dem Ding hier aber naja dann wenn es ein fels ist dann geht es schon glaube ich ja dann sieht es realistisch aus so felshöhle so und hier machen wir jetzt äh äh barriere hin näher nicht die ich glaube ich mache holz ganz normal holz hoops 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 so aber äh ja 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 das mache ich später nicht mehr so lang Länge, Winkel, Höhen Ach so, ah warte, äh ich will da runter Aha, ja was ist da denn, ähm Gelände, Formen Okay, ich glaube das Hm, passt trotzdem nicht Ja jetzt hat Okay So Das, ähm, ja das, das mache ich jetzt gleich So Na gut So So Jetzt muss ich das wieder in den Träger machen Und da da So Und das machen wir, äh nein, stopp Stopp Was, äh Was habe ich denn da jetzt Oh nein Aber ja, ist, ist wurscht Hä Junge Du machst mich gerade narrisch Oh Wieso Oh Vor allem, was, was cool ist, wenn ich das jetzt, äh, das Wasser wieder wieder verschiebe Warte Warte Wenn ich da, das Wasser wieder raus tun würde, dann Ja okay, das, äh, das passt schon, okay Jetzt runter da Ja Und hier, die da will ich erhöhen Und Keinen anderen So Ja Ja Sieht jetzt nicht, äh, ganz so Bombe Aus Aber 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 Es ist Was ist es So Boah Voll philosophisch So Ich wollte eigentlich Hier dann Klein machen Mal schauen, ob es geht Wieso wundert mich das nicht Blockiert Ähm Oder wir machen es anders Aber Wahrscheinlich blockieren jetzt die ganzen Menschen das, ach man Stimmt, da, da habe ich mal ja was gelesen, dass, das Dass man das davor machen muss Weil ich, ich kann ja hier jetzt natürlich nicht so, oder? Warte mal, ich, ich schau mal kurz Ähm Architektur Ja okay, doch, kann ich Warte, dann, dann, dann mache ich es anders, dann mache ich es anders Dann, mache ich es anders Dann, mache ich, äh, diese da Oder Oder warte Ähm Ne, warte Hier, ich mach's, ähm Was ist das, ja? Äh, was ist das, da? Äh, was ist das, da? Äh, äh, äh Steppenzebra ist hier vorne Wie kannst du das nicht sehen? Bist du blind? Blind bist du Krankes Tier Kämpfe, 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 okay Ähm Ja, das, das machen wir dann das nächste Mal Gut, äh, dann Schauen wir auch nächstes Mal Nein, ich, ich will auf keinen Fall Spinnen haben Ähm, dann schauen wir mal das nächste Mal auch, ob wir irgendwie Neue Tiere reinbekommen Weil, momentan ist es ganz cool Also, ich, ich will auf jeden Fall welche für, ähm Für, Ding haben Für Arterhaltungspunkte, damit wir hier das, äh, hochpushen können Äh, damit wir Irgendwann Die, zum Beispiel Elefanten oder so bekommen Das wäre ganz cool Ähm, ja Aber, bis dahin würde ich sagen, danke fürs Zuschauen Und, genau, äh, das hier drin, mal schauen, wie ich das mache Und, äh, ja, hier, ähm, ja, werde ich dann auch mal erweitern Richtung hier dann Und, vor allen Dingen, äh, will ich mal schauen, dass, dass ich das da hier bekommen Also, so ein, ein T-Kreuz hier Ähm, weil dann, dann geht's nämlich hier Richtung, ja, Nordpark, sag ich mal Hier geht's, äh, Asien Hier ist Afrika Und, äh, ja, wir haben, wir haben so viel Platz Das ist so krass Aber, den bekommen wir irgendwann in Folge 1.000, eine Million, äh, ja, bekommen wir den auch irgendwie zu Gut, äh, wie sieht's denn mit der Population aus? Relativ gering Das ist ja krass Gut, dann bedanke ich mich Wieder Und, bis zum nächsten Mal Bye, bye Okay